Sehr geehrter Herr Minister, Sie sind gerade in Hanoi und in Ho Chi Minh Stadt in Vietnam unterwegs und heute in Bangkok in Thailand. Es begleitet Sie eine 70-köpfige Delegation aus Presse, Wirtschaft und Politik. Welche Bedeutung hat diese Reise für Sie insbesondere, da es sich um zwei Länder in Südostasien aus dem ASEAN-Verbund handelt, für die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu China und Indien? Also erstmal ein wichtiges Signal seitens der deutschen Wirtschaft, das gesendet werden soll in Richtung Südostasien. Wir sind ganz bewusst in diese Region gegangen, auch mit dieser Größe, auch in der Form der Zusammensetzung. Es ist ein wichtiger Markt, der immer größer werden wird, gerade im Hinblick auf 2015, wenn es zu einem gemeinsamen Markt kommen kann, innerhalb der ASEAN-Gruppe. Und deswegen war es unseren Unternehmerinnen und Unternehmern so wichtig, schon jetzt frühzeitig die Handelsbeziehungen zu stärken und weiter auszubauen. In Vietnam ist nicht nur Ihnen, sondern auch der gesamten Delegation ein großer Respekt gezollt worden. Können Sie etwas zu dem besonderen Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Vietnam sagen? Es gibt vor allem sprachliche Gemeinsamkeiten. Es gibt über 125.000 Vietnamesen, die in Deutschland leben. All diese Menschen werben natürlich im positiven Sinne für Vietnam und umgekehrt waren auch ungefähr 100.000 Vietnamesen schon einmal in Deutschland. Viele von diesen Menschen sprechen die deutsche Sprache und das ist natürlich eine hervorragende Basis für gemeinsames Wirtschaften, für gemeinsames Arbeiten. Und die hervorragenden Produkte, die Dienstleistungen, die Verlässlichkeit, das partnerschaftliche Verhalten der deutschen Wirtschaft, insbesondere des deutschen Mittelstandes, ich glaube, das führt dazu, dass man uns in Vietnam, aber auch in vielen anderen Regionen der Welt mit großem Respekt begegnet. Das gilt auch für Thailand, wo wir uns heute befinden. Wir sind heute in Bangkok. Die Bundesrepublik Deutschland und Thailand verbindet eine 150-jährige Freundschaft. Vor 150 Jahren wurden die diplomatischen Beziehungen aufgenommen, die die Fortsetzung der schon damals vorhandenen Handelsbeziehungen waren. Auch heute sind wichtige Branchen sehr bedeutsam in Thailand. Die Telekommunikationsbranche, Automotivebranche zähle ich dazu, die Elektronik, der Tourismus selbstverständlich. Was können Sie den deutschen Mittelständlern auf den Weg geben? Wenn ich speziell an mittelständische Unternehmen denke, für die Sie sich hier auf der Reise besonders eingesetzt haben, was können Sie diesen mittelständischen Unternehmen auf den Weg geben, wenn Sie in Thailand Geschäfte machen möchten? Gerade für unseren deutschen Mittelstand ist Thailand ein hervorragendes Investitionsland. Ein sehr stabiles Rechtssystem, auch deswegen ein sehr guter Investitionsstandort. Und es gibt große neue Sektoren, die nachgefragt werden. Ich nehme nur ein Beispiel. Der gesamte Bereich der Umwelt- und Energietechnologien wird extrem nachgefragt. Gerade das Thema Wassermanagement, Flutprävention war sogar ein eigenes Thema heute für unser Dialogforum. Wir haben große Fragen im Bereich Lebensmittel und Ernährung. Die Frage der Sicherheit ist für ein Exportland wie Thailand von enormer Bedeutung. Und hier können gerade unsere mittelständischen Unternehmen ihr Know-how, ihre Expertise mit einbringen. Sie wird jedenfalls enorm nachgefragt. Also eine große Chance für den German Mittelstand. German Mittelstand ist das richtige Stichwort. Aber man muss auch sagen, bei vielen mittelständischen Unternehmen ist so ein bisschen die Angst vor den hohen Marktzugangskosten, dem Aufbau eines schlagkräftigen technischen Vertriebes, eines Vertriebes natürlich vorhanden. Viele Firmen können sich das nicht leicht leisten, sich so zu internationalisieren. Sollten die jetzt zu Hause bleiben? Auf gar keinen Fall. Erstens, glaube ich, sind die Ängste absolut unbegründet. Das hängt natürlich jeweils von dem konkreten Staat und auch Einzelfall ab, von der jeweiligen Branche. Aber in jedem Fall ist eines klar. Unsere Botschaften, unsere Außenhandelskammern, unsere Außenhandelsorganisationen wie Germany Trade & Invest oder DGEZ, all diejenigen unterstützen. Jeden deutschen Unternehmer, aber insbesondere im Mittelstand, wenn es darum geht, sich neue Märkte und damit neue Chancen zu erschließen. Herr Ministerrecht, herzlichen Dank, auch im Namen der deutschen Delegation. Sie haben sich auf dieser Reise sehr für den deutschen Mittelstand eingesetzt. Ich nehme das als Aufruf und hoffe, dass diese Reise sehr dazu beiträgt, künftig zunehmend deutsche Unternehmen hier in Südostasien, in Thailand, in Vietnam, aber auch in den anderen acht Ländern des Asienverbundes zu begrüßen. Herr Ministerrecht, herzlichen Dank und eine gute Rückreise. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.